Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zum Literaturtipp. Heute würde ich Ihnen gerne von Klaus Modig Fahrtwind vorstellen. Klaus Modig hat dieses Buch angelehnt an Eichendorfs aus dem Leben eines Taugenichts. Und wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie ganz schnell in den 70er Jahren landen. Wir haben einen jungen Mann, der mit Ach und Krach Abitur gemacht hat und jetzt eigentlich in die kleine Heizungsbaufirma seines Vaters eintreten soll. Dazu hat er leider gar keine Lust. Also der liegt lieber lange im Bett und schläft und sitzt mit seiner Gitarre ansonsten im Garten, spielt ein paar Songs runter oder er krümelt sich ein bisschen hasch in seine selbst gedrehte Zigarette rein. Und dem Vater gefällt das überhaupt nicht. Er sagt, also wenn du schon nicht in meine Firma rein willst, dann liegt mir wenigstens nicht länger auf der Tasche und lass dir endlich mal was einfallen. Auf jeden Fall deine Gammelei, bin ich eindeutig satt. Okay, so sieht es aus in diesem Haushalt. Und irgendwann sitzen die eben zusammen beim Essen, Vater, Mutter, Kind. Und er steht ganz abrupt auf und sagt, auf Wiedersehen. Bei mir geht es jetzt südwärts. Und dann zieht er los mit seiner Klampfe und dann wird er von einem Auto mitgenommen. Und da sind zwei Frauen drin. Die eine sehr hübsch, die andere etwas älter. Die nehmen ihn auf jeden Fall mit. Dabei landet er in Wien in einem Hotel. Und in diesem Hotel bekommt er eine Anstellung als singender Troubadour. Er muss da in einem albernen T-Shirt auftreten. Das ist ihm etwas peinlich. Er wird sich in diesem Hotel aber auch in ein schönes Mädchen verlieben. Und er wird Bekanntschaft machen mit verrückten Schwammerln. Also Pilze zieht er sich da rein, um das mal ins Deutsche zu übertragen. Später hat er genug von Wien und von diesem Hotel, weil die ältere Frau, die mit dem Auto gesessen ist, wo er mitgenommen worden ist, ihm nachstellt. Und er zieht weiter südwärts nach Italien. Was dann noch alles passiert, das müssen Sie selber lesen. Auf jeden Fall, ich habe es als eine wunderbare, charmante und feinsinnige Lektüre erlebt, die mir sehr viel Spaß beim Lesen gemacht hat.